Große Kulisse aus verkaufter Saal. Zum 30. Mal fand am Mittwoch, den 6. November, die Social Media Night im Mercedes-Benz Museum statt. Twitter Wall mit Spannung erwartete Vorträge und Networking in gediegener Atmosphäre. Die Social Media Night ist definitiv ein Branchen-Highlight. Google Plus und die Enterprise 2.0 waren die beiden Themen auf der Agenda des Abends. Außerdem präsentierte der Marketing-Club Region Stuttgart sich und seine Arbeit im Rahmen der Veranstaltung. Für tiefe Einblicke und Diskussionsstoff beim Fachpublikum sorgt der Referent Oliver Gassner, der sich in seinem Beitrag intensiv mit Google Plus auseinandergesetzt hat. Unter dem Titel Google Plus – Meister, Schüler oder Meisterschüler unter den Social Networks präsentierte er einen differenzierten Blick auf das hauseigene soziale Netzwerk des Internet-Giganten Google. Social Search und nicht Freunde-Connecten sei der große Mehrwert von Google Plus. Deshalb sei es ein Missverständnis, wenn man das Netzwerk als Nachbau von Facebook betrachtet. Zudem sei Google Plus mit inzwischen 500 Millionen aktiven Nutzern nach wie vor die am schnellsten wachsende Plattform. Als große Vorteile benennt er die Chancen, die die Plattform für die Suchmaschinenoptimierung biete und die Möglichkeit, Trendthemen sowie Meinungsmacher mit Hilfe von Analyse-Tools wie Google Ripples schnell zu identifizieren. Zweites großes Thema der Social Media Night war die Enterprise 2.0, präsentiert in einem Gemeinschaftsvortrag von Bosch und der Know-How AG. Hinter dem Begriff Enterprise 2.0 verbirgt sich das Konzept, die Wissensarbeiter, also Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, und deren Potenzial optimal miteinander zu vernetzen. Marc Musse von Bosch und Director Leadership im Bereich Change and Enabling Social Business nennt mit Social Media den Katalysator für neue Formen von Führung und Zusammenarbeit. Social Media verändert, so Musse, auch Hierarchien und Prozesse. Voraussetzung sei also die Befähigung der Mitarbeiter. Neben dem eigentlichen internen Netzwerk Bosch Connect Social Business Network, das auf IBM Connections basiert, ist also auch das Enabling der Mitarbeiter sowie die Anpassung von Arbeits- und Prozessstrukturen Teil des Weges zur Enterprise 2.0. Zahlreiche Reviews, Statistiken und den Twitter-Verlauf findet ihr, wie immer auf smcst.de Die nächste Social Media Night findet am 11. Dezember statt. Zu Gast unter anderem das Tata-Plus-Team vom SWR. Musik – – – – – – – –